15 Grad Außentemperatur, blauer Himmel, der Frühling kommt und die Drohnensaison ist eröffnet. Ich habe mir jetzt auch meine Drohne geschnappt, hier hinten ist sie, und gehe nach der Winterpause endlich mal wieder FPV fliegen. So, und da ist das gute Stück, eine Racing- oder besser gesagt eine FPV Drohne. Normalerweise wird diese dann per Videobrille geflogen und man sieht das Live-Bild aus dieser Kamera. Heute, beim ersten Flug in der neuen Saison, fliege ich aber nicht mit der Videobrille, sondern ganz normal auf Sicht, um einfach nochmal zu überprüfen, ob alles gut überwintert hat. Damit ich aber dennoch in einem paar coole Luftaufnahmen mache, werde ich diese kleine Action-Kamera einfach noch mit auf den Kopter montieren. So, auf geht's! So, Ladies und Gentlemen, jetzt machen wir nochmal richtig Schwung in die Kiste. Ab-Peter-Peter! Jum siete aus! Superstar! Bush nên mouth un organisator im Idol! Das war schon mal wieder lave! John Fame von Tony, als sie bei längeren Kiste. So, warum kann ich das nicht schon sagen? Ja, ich trage mich zum Beispiel. Da haben wir ja auch gleich wieder auf! Ja, hat mal wieder riesig Spaß gemacht, hier mit der FPV-Drohne über die Felder zu fliegen. Und wer jetzt neugierig geworden ist und vielleicht auch Geschmack daran gefunden hat, mit einer solchen Drohne mal mitzufliegen oder gar sie selbst zu steuern, dann über die Videobrille sogar. Für den bieten wir FPV-Schnupperkurse an. Einfach mal auf unserer Webseite vorbeischauen. Also, man sieht sich und ich wechsle jetzt den Akku und fliege, denke ich, dann noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Runden oder vielleicht auch mehr. Vielen Dank.